Hallo alle zusammen, heute sprechen wir über das Viltrox 20mm Objektiv für den Sony E-Mount, Vollformat geeignet, sehr lichtstark, Blende 2.8 und wie ich das finde, wie ich in den letzten Tagen mit unterwegs gewesen bin, wie mein Fazit dazu im Vorfeld jetzt ausfällt, das siehst du in diesem Video. Zur Transparenz gleicht auch noch vorab, Viltrox hat mir dieses Objektiv für diesen Test zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an der Stelle, ich darf meine Meinung frei äußern und ich bin an keine Vorgaben gebunden, demzufolge bekommt ihr hier wieder von mir die ungeschönte Meinung und Wahrheit zu hören. Und auch noch vorab, ich weiß, viele von euch schauen mir hier gern zu und haben meinen Kanal noch nicht abonniert, das heißt in diesem Fall jetzt erstmal sofort nachholen, bevor das Video weitergeschaut wird, erst einmal auf Abonnieren klicken, dieses Video liken und am Ende des Videos darfst du gern auch, wenn du möchtest, darunter schreiben, wie du das Objektiv findest und was deine Eindrücke davon sind. Fangen wir an mit der Haptik und Verarbeitung. Ihr seht, das Objektiv ist recht klein, gar nicht so groß für 20 mm. Zum Vergleich, das 50 mm von Sony ist fast genau gleich groß. Ja, also okay, hier haben die Gegenlichtblende noch mit drauf, aber so ohne die Gegenlichtblende sind die beiden fast gleich groß. Demzufolge passt das Ganze wunderbar in wirklich fast jeden Rucksack oder in die Jackentasche, in den kleinen Rucksack. Dementsprechend kannst du das Objektiv offensichtlich sehr spontan und mitnehmend einpacken und ist kein Vergleich zu anderen größeren Weitwinkelobjektiven. Das Packmaß ist sehr klein und es ist sehr leicht. Es bietet 152 Gramm. Das ist also fast gar nichts, würde ich mal sagen. Liegt aber auch an der bauartbedingten Kunststoff oder der dementsprechenden Leichtmetallbauweise. Das Ganze ist komplett aus Kunststoff gefertigt worden. Wenn wir vorne reinschauen in das Objektiv, sehen wir auch nur Kunststoff. Ich kann das mal in die Kamera halten. Das heißt, vorne ist alles Kunststoff. Die Gegenlichtblende lässt sich abnehmen. Die ist auch komplett aus Kunststoff. Und wir haben hier vorne auch ein Filtergewinde. Dazu gleich mehr. Der Fokusmotor, das ist ja kein Zoomring, der Fokusring lässt sich sehr gut bedienen. Ist nicht zu leicht, aber auch nicht zu fest. Also hier, der Druckpunkt beim Drehen fasst sich für mich solide an. Das hat nichts von billig oder so, sondern der passt wirklich gut. Ansonsten, Rückdecke gibt es natürlich auch dazu, auch aus Kunststoff. Und hier hinten dran haben wir dann den Bayonettanschluss. Der ist aus Metallaluminium, würde ich sagen. Sieht ein bisschen aus wie poliertes Aluminium. Und wir haben hinten selbstverständlich die Pins, die Konnektoren, sodass das Objektiv auch mit Autofokus arbeitet, deine EXIF-Daten übertragen werden. Du kannst das Objektiv an deiner Sony APS-C und Vollformat-Kamera im E-Mount ganz normal wie jedes andere verwenden. Du kannst quasi alle Autofokus-Modi, soweit es gehen, verwenden. Also das ist wirklich ziemlich gut, dass das geht. Und hier unten gibt es noch einen USB-C-Anschluss, worüber das Objektiv sich updaten lässt, wenn es also Firmware gibt oder im Sinne von, das muss angeglichen, angepasst werden an die Kameras, dass es besser funktioniert miteinander, dass die Kommunikation reibungsloser abläuft. Soviel zur Verarbeitung. Also es wiegt fast nichts, nichts im Sinne von hier Bizeps-Training oder so. Also das passt wirklich in fast jeden Rucksack. Wie sieht es denn aus mit Anschlüssen? Und da gibt es hier keine. Das heißt, du hast keine Custom-Buttons, die du hier belegen könntest für deine Fokus-Umstellung oder Umschalten. Manueller Fokus, Autofokus gibt es hier auch nicht. Das Objektiv hat auch keinen Bildstabilisator. Das heißt, für alle, die gerne filmen und weitwinklig filmen wollen, die müssen damit leben, dass man dann eben den Bildstabilisator der Kamera verwenden muss, quasi der einseitige. Hier haben wir leider keinen Bildstabilisator, aber beim Preis von um die 150 Euro erwarte ich auch nicht, dass ich jetzt hier den besten Bildstabilisator noch im Objektiv verbaut habe. Demzufolge ist es für mich völlig in Ordnung. Und in dieser Preisklasse ist es für mich auch okay, dass es keinen Schalter zum Autofokus und manuellen Fokus gibt. Das ist immer so die Frage, was du brauchst, dass du möchtest. Ich finde es in der Preisklasse völlig in Ordnung. Soviel zur Haptik und Verarbeitung. Kunststoff, wie gesagt, und sehr, sehr leicht und leider keine Möglichkeiten zur Anpassung außen am Objektiv. So, wie sieht es denn aus mit dem Vergleich? Weil viele von euch werden das Sony 20mm 1.8 kennen. Und mein guter Freund Erik Mack, grüße ich ihn raus, er hat das auch, das 20mm von Sony. Und ich weiß, dass er sehr happy damit ist. Und ich selbst hatte das auch vor zwei Jahren mir mal im Vergleich zum 24mm angeschaut, was mich gerade eben filmt. Und war damals so ein bisschen vor der Frage, nehme ich das 24er, schaue ich doch lieber auf das 20er, weil es weitwinkliger ist. Was nehme ich denn? Fürs Filmen ist das 24er, oder war das im Vorfeld zumindest für mich, attraktiver? Ich wollte aber gern sehen, was bietet mir das 20mm und dieser 20mm Look auch mehr als die 24? Brauche ich vielleicht doch keine 24? Das war so ein bisschen für mich die Frage. Und dieser Vergleich, bevor wir jetzt hier diskutieren, der Vergleich hinkt. Denn das 20mm von Sony ist deutlich besser verarbeitet für meine Begriffe. Hat auch mehr Möglichkeiten in den Einstellungen. Und vor allen Dingen kannst du bei diesem Objektiv noch mehr freistellen, wenn du näher rangehst an das Objekt. Wir haben hier Blende 2.8, bei dem Sony haben wir Blende 1.8 und das Sony kostet letztendlich auch fast das Dreifache oder Vierfache, je nachdem wann und wo du das kaufst. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sprechen hier von einem 150 Euro Objektiv mit Autofokus, USB-C Anschluss und so weiter. Und das Sony G Objektiv kostet fast 900 Euro, 1000 Euro, je nachdem wann und wie du es kaufst. Also dieser Vergleich hinkt tatsächlich und ich finde, das ist auch ein unfairer Vergleich. Ja, die Brennweite können wir hernehmen und wir können auch die Bildqualität vergleichen, wenn wir jetzt beide da hätten. Aber ganz ehrlich, das wäre für mich so ein bisschen Birnen mit Äpfeln vergleichen, weil das ist für mich eher so ein Objektiv im Sinne von No-Brainer. Könnte ich vielleicht immer mit einpacken, mir einfach mit dazu kaufen. Und das andere ist dann schon eine Investition, die man einfach gut überlegen sollte. Soviel zu dem Sony, weil ich weiß, das beschäftigt wahrscheinlich viele von euch, wie das aussieht und nur vorab von mir. Ich war selbst auch angetan von dem Sony 20mm Objektiv und hatte aber das 24er dann und hatte dann eher später dann das 1224 und das war für mich dann völlig ausreichend, sodass es das 20er für mich persönlich nicht dazu brauchte. Ganz anders sieht es hier mit diesem Objektiv aus. 20mm in so einem sehr charmanten Format, also ziemlich klein und leicht und hat auch eine Bildqualität, die wir uns gleich anschauen, das ist eine Option tatsächlich. Und das ist wirklich so eine Option im Sinne von, bevor du dir 50mm kaufst und du gerne Landschaften fotografierst und nicht so richtig weißt, was du machen sollst, würde ich vielleicht dann doch auch oder eher zum Wildrocks mal schauen, weil das zum einen nochmal günstiger ist als das Sony 50mm. Jetzt nicht die Welt günstiger, aber ein bisschen günstiger. Und du hast den Weitwinkelfaktor, das darf man nicht vergessen. Also 20mm, das ist in der Landschaftsfotografie schon eher nutzbarer als 50mm oder eben die 24mm, die wir gerade eben filmen. Ja, 24 und 20, da denkst du vielleicht, das ist nicht viel Unterschied, aber 4mm am Weitwinkel, das macht eine ganze Menge aus. Also teilweise sieht man auch im Ultraweitwinkelbereich sogar schon 1-2mm nochmal einen deutlichen Unterschied. Du bekommst mehr aufs Foto und manchmal gibt es eben Spots, wo du nicht weiter zurückgehen kannst. Du bist da, wo du bist. Und bevor du ein Panorama schießt mit bewegenden Elementen, die dann seltsam aussehen, bist du vielleicht froh, dass du weitwinkelig fotografieren kannst. Deshalb tatsächlich mein kleiner Geheimtipp, das 20mm einfach mal anschauen, wenn du überlegst, eine günstige Weitwinkelobjektivlinse dir zu kaufen. Aber wie sieht es denn mit der Bildqualität aus? Und wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich ein Fan von den Wildrocks Objektiven bin. Ich habe hier schon einige reviewt und ich bin auch ein Fan von der Bildqualität, weil Wildrocks ist für mich so ein bisschen das neue Sigma. Die ziehen in der Bildqualität mindestens gleich mit Sigma und sie trauen sich auch Brennweiten anzufassen und zu gestalten und zu kreieren, die es bei Sigma und Sony dementsprechend noch gar nicht gibt. Also 20mm, 2.8 für diesen Preis mit dieser Bildqualität, das suchst du auf dem Markt. Das suchst du auf dem Markt und dann noch mit Autofokus, das ist wirklich ein echter Hammer. Demzufolge ist das tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Fall für Wildrocks wieder mal, muss ich sagen. Und in der Bildqualität machst du, wir schauen uns gerade hier mal ein paar Beispiele an, machst du im Grunde nichts verkehrt. Nichts für diesen Preis und nicht mit dieser Bildleistung, die dieses Objektiv bietet. Du hast eine Naheinstellgrenze von 19cm. Das ist für Makro jetzt nicht mehr so gut geeignet. Da kann das Canon 16mm nochmal deutlich näher ran. Das siehst du auch im Bild. Und der Effekt, der dann quasi dieses Weitwinkel und ein bisschen Pseudomakro erzeugt, der ist dann einfach mit anderen Gläsern nochmal ein bisschen besser. Aber das Wildrocks hat mit den 19cm, wo du auch noch ein bisschen reinschneiden kannst, im Nachhinein reinkroppen kannst ins Bild, durchaus Möglichkeiten, die sich in der Makro- oder Blumen- oder Landschaftsfotografie tatsächlich gut anbieten. Ich war jetzt gerade eben, weil hier Frühling ist, schon draußen für dich, habe etwas die ersten Frühjahrsblüher fotografiert, habe auch meinen Hund mal mitgenommen. Und seht euch mal die Details an. Ich war zum Beispiel hier draußen und habe eine Situation fotografiert, wo du sehr harsches Tageslicht hast und im Hintergrund den Schlagschatten von der Sonne. Und der Autofokus funktioniert problemlos. Ich konnte problemlos auf dieses Blatt fokussieren. Ich bin quasi so nah rangegangen, wie es irgendwie ging mit 19cm. Und das hat das objektiv wunderbar gemacht. Ich konnte den Autofokus perfekt an meiner Sony A7R5 verwenden. Da gab es überhaupt keine Probleme. Und ich zeige mal noch eine Situation. Da habe ich dann Schneeglöckchen fotografiert oder Krokusse. Und du kannst auch mit Blende 2,8 schon recht freistellen. Also 20mm, das ist jetzt zwar kein super Teleobjektiv, wo du ein perfekt aufgelöstes Bokeh hast, aber wenn du nah rangehst, bei Blümchen oder bei Pilzen oder auch vielleicht kleine Krabbeltiere, die stehen bleiben, die du fotografieren kannst, da kannst du auch ein bisschen freistellen mit Blende 2,8. Das darf man nicht vergessen. So ein bisschen geht er schon. Und ich finde, im Hintergrund sieht das durchaus gut und brauchbar aus. Und gerade jetzt im Frühling oder für alle Blumenfotografen, Fotografinnen unter euch, ist das mit Sicherheit ein Thema? Wie sieht denn der Hintergrund aus? Und da kann man mit diesem Objektiv tatsächlich gut arbeiten. Der Autofokus, ich habe es gerade eben gesagt, funktioniert an meiner Sony-Kamera damit wirklich gut. Verbaut wurde hier drin ein STM-Motor, ein leiser Stepping-Motor. Das ist jetzt nicht das Schnellste. Also das darf man nicht vergleichen mit den superschnellen Autofokus-Modulen, die jetzt die G-Master-Objektive haben. Aber darum geht es ja auch nicht in diesem Fall. Der Autofokus ist nicht hörbar. Das finde ich immer besonders wichtig. Und vor allen Dingen fährt hier vorn kein Tubus aus. Also wenn du fokussierst, bleibt dieses Objektiv auch innen fokussiert. Und da bewegt sich nichts. Wir kennen ja andere Hersteller, wo dann selbst die günstigen Objektive anfangen rauszupumpen und rauszuschieben, wenn du fokussierst. Das sieht einfach ein bisschen komisch aus. Also wen das nicht stört, da ist es egal. Aber ich finde, das sieht immer ein bisschen komisch aus. Das hast du hier nicht. Das finde ich jetzt auf jeden Fall ein Vorteil von dem Objektiv. Das stört dann auch Tiere nicht, wenn du quasi nah rangehst. Und da bewegt sich dann jetzt nicht noch das Objektiv vorn dran. Und ich finde, du hast dadurch auch noch ein bisschen mehr Wetterschutz. Zumindest von vorn. Apropos Wetterschutz. Das Objektiv ist nicht abgedichtet für Wettereinflüsse, also Staub und Spritzwasser. Hier hinten dran gibt es auch keine Gummilippe, wie du sehen kannst. Das ist alles Metall. Das heißt, hier gibt es keine Abdichtung und dann ist deine Kamera auch nicht abgedichtet vor den Wettereinflüssen, die hier quasi zwischen Objektiv und Kamera eindringen könnten. Daran musst du denken, wenn du draußen unterwegs bist und du bist bei Nebel, bei Regen draußen unterwegs oder irgendwo, wo es Sand hat, am Strand, am Meer, bedenke das. Oder Salzwasser oder dergleichen. Einfach daran denken, dass das Objektiv nicht geschützt ist. Und entweder legst du dir etwas, ja, irgendeine Folie, eine Tüte darum oder du fotografierst dann dort oder zu den Zeiten, wo der Wettereinfluss nicht so stark ist. Ansonsten kannst du das Objektiv aber für alles Mögliche verwenden. Funktioniert das auch für Portraits? Ja, natürlich. Du kannst den Autofokus, wie ich es vorhin sagte, auch verwenden. Du kannst den Augenautofokus verwenden. Du kannst die Objekterkennung damit verwenden. Ich habe meinen Hund fotografiert und hat die Kamera nicht nur das Auge getrackt oder den Kopf, sondern auch den Körper und erkennt quasi alles Mögliche, was ich einstellen kann in der Kamera mit diesem Objektiv. Also, wenn deine Fotos nicht gelingen, dann liegt es eher nicht am Objektiv, sondern eher an dir oder an deinen Einstellungen oder eben an deiner Kamera, dass du deine Motive nicht einfangen kannst, wie du das möchtest. 20mm Portrait, ich sagte gerade eben, das funktioniert, ja, das geht. Achte immer darauf, dass du die Menschen oder deine Motive, deine Objekte, die du fotografierst, nicht an den Rand zu weit bewegst, also eher so irgendwo in der Mitte bewegen oder im mittleren Drittelbereich. Dann bist du noch relativ sicher, dass das Ganze nicht zu verzerrt dargestellt wird, aber im Portrait-Bereich oder draußen im Landschaftsbereich ist das, denke ich, eher kein Problem, weil du bei 20mm ja weißt, dass du eine gewisse Verzerrung auch schon da hast, die in der Natur der Sache der Brennweite liegt. Kommen wir zur Bildqualität, aber auch noch weiter. Ich habe die Blenden auch mal durchgeschaltet für dich und war wieder typisch an meiner Steinwand und habe dort quasi von Blende 2.8 bis, ja, 2.8 bis Blende 8 durchgeschaltet und dann kannst du gerne selbst jetzt hier einen Eindruck machen, ja, du siehst eine Vignette, Vignette ist dieser dunkle Rand um das Bild herum und die ist schon recht ausgeprägt. Ich habe die Bilder in das Lightroom bei mir reingezogen und habe die Profilkorrektur auch angewendet, das heißt, Lightroom hat automatisch mit dem Wildrocks-Profil, wohlgemerkt, mit dem 20mm-Profil, das Bild korrigiert und die Ecken werden aber für meine Begriffe nicht sauber rauskorrigiert. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ob man da bei Lightroom vielleicht ein anderes Profil nehmen sollte oder du musst es eben zuschneiden, aber dann fehlt ja halt ein bisschen was im Bild. Also die Ecken sehen nicht sauber aus, wenn du eine weiße Wand fotografierst, einfach, dass ich mitgesagt habe, das ist in der Landschaftsfotografie dann ein Thema, wenn du viel Himmelanteil hast oder wenn du Felsen fotografierst, die quasi bis in den Rand hinein oder bis in den Fotokon studierenden Rand hinein knack scharf abgebildet werden sollen, dann kann das ein Thema sein, das kann auch dann sogar ein Thema sein, wenn du ein Fokus-Bracketing machst, also mehrere Fokus-Ebenen fotografierst, auch dann kann es wahrscheinlich immer noch ein Thema sein, dass die Ecken, die äußersten Ecken einfach abgeschattet und dunkel sind und eben so aussehen wie hier und du das Bild dann am Ende zuschneiden musst. Also der Workaround wäre mehr aufnehmen vom Bild und dann zuschneiden, das passt dann für dich oder eben eine Lösung überlegen, wie du mit den Ecken umgehst. Das ich damit gesagt habe, wenn du aber Welter fotografierst oder irgendwo im Feld bist und Menschen und Tiere fotografierst, wird es eher weniger ein Thema sein, es sei denn, du hast viel Himmelanteil drin, dann siehst du es schon. Kannst du rausfotoshoppen oder irgendwie rauskorrigieren, aber im Vorfeld in JPEG-Dateien ist das dann so drin, dass ich das mit gesagt habe. Ich reite ein bisschen darauf um, weil ich das schade finde. Es überrascht mich nicht, weil es ist natürlich klar, dass bei dieser Preisklasse irgendwo auch Defizite im Objektiv sein können, nicht müssen, aber können und offensichtlich irgendwo natürlich gespart werden muss und die Darstellungsqualität des Objektivs kann natürlich für diesen Preis nicht so gut sein wie bei einem Objektiv, was das 4-5-fache kostet. Ja, machen wir uns nichts vor. Aber das finde ich ein bisschen schade. Okay, du kannst abblenden, dann verliert es aber für mich so ein bisschen den Charme von der Blende 2.8 oder der Blende 3.2, wenn ich auf Blende 8 gehen muss, bis es rauskorrigiert ist oder fast nicht mehr sichtbar ist. Das ist so ein bisschen der einzige Wermutstropfen bei hellen Bereichen oder viel hellen Bereichen im Bild, dass du das einfach mitweist. Okay, wo sehe ich die Zielgruppe und was ist mein Fazit zu diesem Objektiv? Also mein persönliches Fazit vorab ist erst einmal, es ist ein tolles Objektiv für den Preis, du hast den Autofokus, du hast eine doch gute Verarbeitung, du hast einen sehr tollen Einstellring für deinen Fokus, wenn du manuell fokussieren möchtest oder musst und ich finde die Abbildungsqualität auch wirklich super. Im Bildzentrum und bis kurz vor den Rändern, es ist eine Top-Bildqualität, also für den Preis unglaublich und was ich sehr charmant auch noch finde, ist das Packmaß. Also du hast im Zweifel immer in diesem 50mm-Format, möchte ich bald mal sagen, das man ja von Sony ein bisschen kennt, von den günstigeren Gläsern, hast du ein 20mm-Objektiv dabei und wenn das in die Tasche passt, passt das auf jeden Fall für meine Begriffe auch noch mit rein, mit oder ohne Gegenlichtblende, das ist erst einmal egal, es passt auf jeden Fall immer in die Tasche und wenn Packmaß eine Rolle spielt, dann wirst du dir überlegen, ob du ein 12-24-2-8 einpackst oder dann doch das 20er für just in case, du hast es mal mit dabei, wenn du es bräuchtest, einfach mit dabei hast. An der Stelle möchte ich noch sagen, wegen dem Fazit, für alle, die jetzt nach einem Milchstraßenobjektiv schauen, die sagen, das ist jetzt doch das ideale, günstige Milchstraßenobjektiv, ja, kannst du machen, aber denke an die Ränder und denke auch daran, dass 20mm meistens immer noch zu wenig sind für die Himmelfotografie, wenn du jetzt mehr zeigen möchtest, außer eben nur den Sternenschweif oder die Milchstraße oder den Sternenhaufen, das geht natürlich meistens mit den geläufigsten Objektiven, mit den geläufigsten Brennweiten, aber wenn du vor allen Dingen noch Landschaft zeigen möchtest, im Vordergrund oder daneben irgendwo, dann wird es schon schwierig, mit 20mm bedenke das, vor allen Dingen in den Bergen finde ich es sehr schwierig, mit Milchstraßenfotografie bei 20mm zu sein, das ist tricky, also da würde ich eher auf 16mm oder 14mm schauen. Ansonsten, ja natürlich, Lowlight Bilder kannst du damit aufnehmen und mit meinem Fazit jetzt noch zum Ende zu kommen, zielgruppenspezifisch würde ich sagen, es ist vor allen Dingen interessant und gedacht für alle, die Architektur fotografieren oder mal ausprobieren möchten, für alle, die Streetfotografie machen möchten oder ausprobieren möchten, da es eben ein sehr kleines Packmaß hat und trotzdem lichtstark ist, aber auch Landschaftsfotografen, also ich würde schon sagen, dass Landschaftsfotografen vor allen Dingen, die jetzt was zusätzliches, was kleines, günstiges suchen, hier mal reinschauen sollten, weil das in der Landschaftsfotografie doch mal ein Thema sein kann, dass du im Zweifel nochmal etwas lichtstarkes, weitwinkliges dabei hast und wenn du vielleicht eine Blende 4 Linse hast, 16,35 Blende 4, ja okay, dann hast du die 20mm 2.8 noch mit dabei und kannst im Zweifel vor Ort mal noch so kleine Detailshots machen oder eben ein Landschaftsbild ein bisschen freigestellt mit etwas in der Mitte bei Blende 2.8, das geht dann schon recht gut, das ist dann schwieriger bei Blende 4 Objektiven, also die sehe ich auch als Zielgruppe, aber vor allen Dingen die, die eher etwas dabei haben möchten, was klein leicht günstig ist oder eben die sagen, ich stehe total am Anfang, was kaufe ich dir denn jetzt, nehme ich die 35, 50 oder 20mm, weil die gibt es ja jetzt, die 20mm, dann würde ich dir empfehlen, vielleicht das 20er und das 50er zu nehmen, sodass du etwas Teeliges hast und gleich noch etwas weitwinkliges und das ist für den Anfang schon recht gut und mit dem Objektiv kommt man auch sehr weit, weil es eben tatsächlich sehr scharf in der Bildleistung ist und bis auf die Ecken in den Rändern tatsächlich wirklich sehr, sehr gute Bilder liefern kann. Okay, jetzt würde mich interessieren, wie du das Objektiv jetzt findest nach meiner Vorstellung, ob dich die Bilder überzeugt haben, ob du der Meinung bist, das ist ein reines Blümchen-Fotografen-Objektiv und überhaupt nichts für die Praxis oder zumindest nichts Ernsthaftes für die Landschaftsfotografie oder andere Anwendungen, schreib mir das gerne hier unter dieses Video und wenn du das Gefühl hast, das muss ich haben, weil es einfach gut ist für den Preis und für das, was es bietet, schreib es auch gerne unter dieses Video, da würde ich mich sehr freuen und wenn du es noch nicht getan hast, dann jetzt bitte abonnieren, meinen Kanal abonnieren, dieses Video liken und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.